Der Transport per Flugzeug ist nicht mehr möglich. Ich dachte, wir müssten uns beeilen. Die Pravda sagt, die Berichte über seinen Tod wären gelogen. Waren sie nicht? Neue Albträume oder alte? Ist das... Er hat sich selbst erschossen. In seinem Bunker in Berlin. Da draußen sind Männer, die versuchen ihn zu finden. Hier ist niemand. Niemand beobachtet uns. Wir sind ihnen egal. Wir lagern besser an... Wehrwölfe. Sie verbrennen Mose und Pilze. Lass deinen Sachen sehen. Findet ihn. Lasst sie sterben. Wir sollten abhauen. Wo ist der Führer? Warum versteckt die ihn? Stalin will ihn sehen. Was, wenn du stirbst bei dem Versuch, das Geheimnis zu wüten? Es ist vorbei. Es ist vorbei. Für mich ist es nicht vorbei. Da ist ein Wehrwurf an der Tür. Alles, was nicht das totale Opfer ist, ist eine Niederlage. Schießt! Es gibt keine siegreichen Schlachten mehr, Yosef. Nicht in diesem Krieg. Nein! 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 Die Geschichte schreiben nicht die Sieger. Sie wird von denen weitergegeben, die sie überlebt haben. Die Geschichte schreiben nicht die Sieger. Du hast ihn nicht. Vielen Dank.